Ordini, Signore? In movimento! Recevuto! Recevuto! Ja, Kommandant? Na los! Infanterie meldet sich zum Dienst. Bestätigt. Bestätigt. Sanitäter unterwegs. Na los! Na los! In attesa di ordini. Vehicolo operativo. Ja. Verstanden. Verstanden. Siamo pronti, Signore. In vego! Jawohl! Vehicolo operativo. Recevuto. Versaglio in vista. Koordinaten, Kommandant. Bewegung! Kanone in bewegung. Siamo pronti, Signore. Artillerie einsatzbereit. Kanone einsatzbereit. Si. Posto il cannone. Kanone einsatzbereit. Kanone pronto. Ja, Kommandant? In movimento. Ordini, Signore? In movimento. Bewegung. Si. Einsatzbereit, Kommandant. Recevuto. In attesa di ordini. Bewegung, Soldaten. Bereit für die Schlacht. Bereit für die Schlacht. Befehle, Kommandant. Bewegung, Soldaten. Bewegung, Soldaten. Infanterie in bewegung. In attesa di ordini. Ordini, Signore. Recevuto. Jawohl. Verstanden. M.G. Schütze in bewegung. Sanitäter unterwegs. Verstanden. Target in sight. Si. In movimento. In movimento. Monto sul bersaglio. Ja, Kommandant? Feuer. Sono pronto, Signore. Perfetto! Jawohl. MG-Schütze in Bewegung. Sanitäter unterwegs. Infanterie meldet sich zum Dienst. Unità nemiche avvistate! Attacco! Quarko! Bin da wo... Leute! Seht euch diese Schlucht an! Quarko! Zeitverdichtet! Teutel! Infanterie meldet sich zum Dienst. Ist jemand verletzt? Quarko! Shooter! MG gehölt und einsatzbereit. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Sanitäter unterwegs. Quarko sul bersaglio! Sì! Sì, Signore! Sì! Sì! Zubifil! Bailo! Bewego! Bewego! Sono pronto, Signore! Ordini? Sì, Signore! Affermativo! Sì! Erwarte Befehle! Vehicolo operativo! Einsatzbereit, Kommandant! Ja, bestätigt! In Bewegung! In Bewegung! Verstanden! Na los! Ja! Bewegung! Na los! Ja! Jawohl! Bewego! Verstanden! Bandagen sind einsatzbereit! Infanterie meldet sich zum Dienst! Ja, Kommandant! Bewegung, Soldaten! Erwarte Befehle! Bestätigt! Bestätigt! Infanterie einsatzbereit! Beheilung! In Bewegung, Kommandant! Infanterie in Bewegung! Infanterie in Bewegung! Infanterie in Bewegung! Infanterie in Bewegung! Feindliche Einheiten! In marcha! Sì! Fuoco! Kill him! Sì! In movimento! Sì! In movimento! Ist jemand verletzt? MG Schütze in Bewegung! Na los! Bewegung, Soldaten! Bin da, wo man mich braucht! Infanterie in Bewegung! MG gehölt und einsatzbereit! Na los! MG Schütze in Bewegung! Bewegung, Soldaten! Jawohl! Kanone wird versetzt! Sì! MG gehölt und einsatzbereit! Infanterie in Bewegung! Infanterie in Bewegung! Bewego! MG Schütze in Bewegung! Sì, Signore! MG Schütze in Bewegung! MG Schütze in Bewegung! MG Schütze in Bewegung! MG Schütze in Bewegung! Sanitäter unterwegs! MG Schütze in Bewegung! Bin da, wo man mich braucht! MG Schütze in Bewegung! MG Schütze in Bewegung! Befehle? Verstanden! MG Schütze in Bewegung! Ja! MG Schütze in Bewegung! Beweilung! Beweilung! Ja! Bestätigt! Beweilung! Beweilung! Feindliche Einheiten! In Bewegung! Verstanden! Parapporto! In movimento, Signore! Sì, Signore! Avete Beweilung! Na los! Ordini! Parapporto! Fuoco sul bersaglio! Sì, Signore! Super! Sì! Target in sight! Open fire! In movimento, Signore! Jawohl! MG Schütze in Bewegung! Bestätigt! MG Schütze in Bewegung! MG Schütze in Bewegung! Befehle? Ist jemand verletzt? Sanitäter unterwegs! Bin da, wo man mich braucht! Sono pronto, Signore! In movimento, Signore! Presto! Ordini, Signore! Forza! In movimento, Signore! MG gehölt und einsatzbereit! Sanitäter unterwegs! MG Schütze meldet sich zum Dienst! Jawohl! Bereit für die Schlacht! Infanterie meldet sich zum Dienst! Bewegellot! Der Stracht! Der Stracht! Das ist die Grenze! Der Stracht! Der Strang! Geist! Bewegung! Das ist die Grenze! Der Strach! Weg! Der Strach! Der Strach! Der Strach! Wer flog! Befehle, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Einsatzbereit, Kommandant. Presto! Bewego! Jawohl! Recebuto! Posto il cannone! Koordinaten, Kommandant? In marcha! Erwarte Befehle! Affirmativo! Dial home! Ropronto, Signore! Fliege zum Ziel! Feind gesichtet! Erwarte Befehle! In marcha! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Schifre! Erwarte Befäle! Geil unter der Fischung! Jawohl. Infanterie in Bewegung. Beeilung. Bewegung. Bewegung. Bestätigt der Feind. Einsatz bereit, Kommandant. Befehle? Bestätigt. Vehículo operativo. Erwarte Befehle. Kanone wird versetzt. Na los. Ja, Kommandant. Feuer. Fahrzeug funktionstüchtig. Bewegung. Erwarte Befehle. Ist jemand verletzt? Wir sind. Wir sind. Recebuto. Schösset Sie. Jawohl. Ziel bestätigt. Sie sind geölt und einsatzbereit. Si, Signore? Si, Signore? Ja? Ja, Kommandant. Feindliche Einheiten. Ordini, Signore? In marcia! Forza! In marcia! In movimento! Si! Hostile units! Forza! Nemico avvistato! Bewegung, Soldaten! Are you ready, Signore? In marcia! Fahrzeug funktionstüchtig. In marcia! Si, Signore! Si, Signore? Si, Signore? Presto! 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 Forza! In movimento! Attacco! A rapporto! Fire at the target! Sì, Signore! Sì, Signore! Affermativo! In movimento, Signore! Affermativo! Ja, Kommandant! Ja, Kommandant! In movimento, Signore! In movimento, Signore! In movimento, Signore! In movimento, Signore! Hostile unit spotted! In movimento, Signore! Zip! Fliege zum Ziel! MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Buoco! Attacco! Buoco sul bersaglio! Sanitäter unterwegs. Bewegung, Soldaten! Bin da, wo man mich braucht. Bewegung! Fliege zum Ziel! Ziel bestätigt! Parrapporto! Forza! Fliege zum Ziel! In movimento, signore! Sì, signore! Parrapporto! Parrapporto! Affermativo! Ordini! In marcia! Fuoco! Fire! Fire! Affermativo! Verstanden! Fire! Fliege! Ficca! Aufmerksam! Ficca! 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 Verstanden, Kontrollen, feindliche Einheiten gesichtet. Na los! Sì, signore. Fliege zum Siehe. Sì. Affermativo. Target in sight. Auff! A rapporto. In movimento! Attacco! Ziel bestätigt. Fuoco sul bersaglio! Sono pronto, signore. In movimento! Forza! Fuoco sul bersaglio! Sì, sì. In marcia! In movimento! Sì, sì. Affermativo. In movimento! In movimento, signore. Attacco! Sì! Forza! In movimento, signore. In movimento, signore. In movimento, signore. In movimento, signore. Affermativo. Feind gesichtet! Feind gesichtet! Erwarte Befehle. Bestätigt! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Zu Befehl. Auf dem Weg! Einsatzbereit, Kommandant. Pronto all'attacco. Vehicolo operativo. Einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Fahrzeug funktionstüchtig. Einsatzbereit, Kommandant. Befehle, Kommandant. Pronto all'attacco. In movimento. Ropronto, Signore. Afferma in attesa di ordini. Befehle? Kanonen einsatzbereit. Zu Befehl. Kanonen in Bewegung. MG gehüllt und einsatzbereit. Zu Befehl. In movimento. Befehle? Presto. Erwarte Befehle. Kanone in Bewegung. Artillerie einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Fahrzeug funktionstüchtig. Aprile el fuoco. Befehle, Kommandant. Angriff! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Auf dem Weg! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Befehle, Kommandant. Bin da, wo man mich braucht. Ordini, Signore. Forza! Infanterie meldet sich zum Dienst. In marcha! Artilleria pronta! Kanonen einsatzbereit. Wir reparieren und füllen nach. Bewegung! Ja? Beeilung! Infanterie in Bewegung! Enemy! Einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Bestätigt. Jawohl. Ordini? Si, Signore. Befehle, Kommandant. Ja, Kommandant. Na los! Na los! Jawohl. Bewegung! Na los! In Bewegung, Kommandant. Si, Signore. Feindliche Einheiten. Si. Zu Befehl. Bestätigt. Einsatzbereit, Kommandant. Si, Signore. Befehle. Abriere, Kommandant. Erwarte Befehle. Fahrzeug funktionstüchtig. Fahrzeug funktionstüchtig. Ja, Kommandant. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Artilleria pronta! Kanone wird versetzt. Fahrzeug funktionstüchtig. Artilleria pronta! Jawohl. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Jawohl. Beeilung! Spot it. Verstanden. Bestätigt. Feindliche Einheiten gesichtet. Eingriff! Verstanden. Angriff! Na los! Befehlung! Befehlung! Eröffne Feuer! Super! Na los! Enemy Sighted. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Jawohl. Beeilung! Ziel unter Beschuss nehmen! Heute haben Sie Großartiges geleistet. Dies könnte unsere letzte Chance sein, das Blatt in Tunesien zu wenden. Ihre Männer sollen sich ausruhen. Das haben Sie sich verdient. Ja, das ist einer wirklich der übelst Schlachten, also die ist nicht ohne. Aber Wahnsinn, ne? Stahlhammer, Bronze, was haben wir Treffer mit einem... Lenke 3, aneinanderfolgende Treffen mit einem Panther ab. Ja, das hat der 12-Anfänger mit einem Panther ablenken. Zerstöre ein Panzer mit Granaten, Panzerabwehrgranaten. Ja, das ist ja Wahnsinn, was hier abging. Zugabwehrspezialist, ja. Die war im Dauereinsatz, Mäuschenmörder. Das ist hier Standard. Plünderung, okay. Feldsanitäter, ja. Meisterschütze, Bronze, ja. Scharfschützen, am Anfang mega, mega wichtig. Silber, endgültige Vertreibung, Gold gibt's nicht als Scharfschüsse los, oder so, ne? Pioniers, das gucken wir mal gerade. Ne. Okay, jetzt bin ich mal auf die Verluste echt gespannt. Okay. Also für die Mission geht das echt. 14 Infantrieinheiten verloren, ja. Die meisten, glaube ich, sind mir so gegen Ende bei der Art Florida, wo ich echt gepennt hab. Ein Flugzeug, ja, okay. Das ist einer. Und sonst die Verluste, keine Ahnung, was die damit immer meinen. Kein Plan. Ähm, Infanterie, 378, 70 Panzer, ey, das ist ja übel, ey. Artillerie nur eine? Also die zählt dann nicht, wenn ich sie aus der Luft kille, oder so? Hm. Dann fallen die wohl unter Sonstige, oder so. Okay, dann hören wir uns das Tagebran. 19. Februar 1943. In letzter Zeit trafen wir auf viele Probleme. Unsere Panzerstreitkräfte unter Rommel wurden im Osten bei El Alamein aufgerieben, während die Alliierten westlich von uns in Marokko und Algerien landeten. Wir waren gezwungen, unsere permanente Basis in Tripolis aufzugeben und unsere Verteidigung in Tunesien neu zu ordnen. Mit erneuten Kräften waren wir nun wieder bereit für den Feind. Berichten zufolge näherten sich die amerikanischen und britischen Streitkräfte über das Atlasgebirge im Osten. Wir brachen auf, um sie zu stellen. Mit dem unzerstörbaren Tiger verfügt die Panzerarmee Afrika jetzt über neustes Kriegsgerät, sodass unser Vorstoß von großer Zuversicht begleitet wurde. Der Atlas weist zahlreiche enge Pässe auf, die wir allesamt vom Feind zurückerobern wollten. Wir fielen über ihre Verteidigung her. Zuerst bei Fait, dann Maisila und schließlich Kasserin. Sogar das Wetter war auf unserer Seite, da ein Sandsturm unseren Vormarsch verdeckte. Mit unserem neuen Kriegsgerät zerschmetterten wir den Widerstand der Amerikaner und ihrer Verbündeten. Ohne die Disziplin und die Ausbildung der Unterstützungstruppen wären wir im Chaos des Sandsturms verloren gewesen. Dank General Messer und seines Stabs funktionierten sie wie eine gut geölte Maschine. Schließlich verstummte das Kampfgetöse und wir blieben als Besatzer des Kasserin-Passes zurück. Doch unsere Arbeit ist noch nicht getan. Neue feindliche Truppen nähern sich unserer Position. Unsere Ruhe wehrt nur kurz. Ein weiterer Vorstoß steht bevor. Wenn wir die feindlichen Linien durchbrechen wollen, müssen wir den Offensivschwung nutzen. Nur so ändern wir den Kriegsverlauf zu unseren Gunsten. Ja Leute, und damit ist die Deutschlandkampagne bei Afrika auch beendet. Und ich finde, das ist so einer der heftigsten hier, der Kasserin passt. Also so hat es echt übel in sich. Aber drei Sterne kannst du hier auf jeden Fall kriegen. Allein wenn du durch den Kills der Luftwaffe kannst du halt richtig absahnen, weil die permanent immer wieder kommt. Habe ich leider gegen Ende auch festgestellt, dass er dann oben gekommen ist, nicht unten geblieben ist. Also seine Vlogs sollte man immer mitnehmen. Aber hat gut geklappt. Ja. Ich habe das jetzt ein bisschen gemütlicher und langsamer gemacht. Klar, man kann das natürlich auch schneller. Ich habe das ja mit einem anderen Ding auch ein bisschen schneller gemacht. Aber ich wollte jetzt echt mal gucken. Ist es hier wirklich so, mit wenig Verlust da rauszugehen? Ja, ist es. Aber was sonstiges ist, ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich nichts sonstiges verloren. Vielleicht gilt das, wenn ich einen Panzer aufgebe, wenn ich ein Fahrzeug aufgebe, dass das dann als sonstiges Verlust gilt. Das könnte vielleicht auch so sein, aber ich weiß es halt nicht genau. Gut, Infanterie, das war mir ja so gegen Ende, wo ich da ein bisschen leistinig geworden bin. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann starten wir mit der britischen Kampagne. Nein, hier, das ist glaube ich die britische. Also hier steht mal britische Kampagne. Sind aber die Amis glaube ich auch dabei. Okay, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.